Das Automatikgetriebe ist verunreinigt. Die Drehzahl schwankt, der Kraftstoffverbrauch steigt und das Fahrzeug ruckelt beim Schalten. Was jetzt hilft, ist eine Ölspülung des Automatikgetriebes. Bevor es losgeht, muss das Auto auf die Hebebühne und die Verkleidung abmontiert werden. Als erstes füllen Sie Reiniger in das Getriebe. Danach fahren Sie 10 bis 15 Minuten, um die Flüssigkeit zu verteilen und die Ablagerung zu lösen. Schließen Sie das Spülsystem an und füllen Sie frisches Öl in den Behälter. Jetzt starten Sie den Motor. Danach pumpen Sie das Altöl aus dem Getriebe. Im nächsten Schritt bauen Sie die alte Getriebeölwanne aus und gießen das Altöl ab. Vermeiden Sie unnötigen Ölverlust und tauschen Sie die Dichthülse gleich mit aus. Mit dem neuen Getriebeölwanne mit Wechselfilter sparen Sie Folgekosten. Denn beim nächsten Wechsel müssen Sie nicht mehr die gesamte Ölwanne austauschen. Ein einfacher Filterwechsel reicht. Als nächstes pumpen Sie frisches Öl in das Getriebe. Gleichzeitig wird das Altöl herausgespült. Fahren Sie alle Gänge der Reihe nach durch, um das Frischöl im Getriebe zu verteilen. Als letztes überprüfen Sie die Getriebeölwanne auf Dichtigkeit und messen den Ölstand des Wagens bei der richtigen Temperatur. Wenn nötig, fügen Sie weiteres Öl hinzu oder lassen Sie das Öl ab. Jetzt ist das Automatikgetriebe gespült. Der Fahrer freut sich über einen höheren Fahrkomfort und weniger Kraftstoffverbrauch. Für die Ölspülung des BMW 535D bietet die Qualitätsmarke Weiko jetzt auch einen Komplettsatz inklusive passendem Getriebeöl. Der Hydraulikfiltersatz für Mercedes-Benz-Anwendung besteht aus einem Hydraulikfilter, einer Dichtung, sechs Ölwannenschrauben, eine Wandladlerschraube und zwei Magneten. Das passende Getriebeöl finden Sie ebenfalls im Produktprogramm. Die Qualitätsmarke Weiko bietet komplette Reparatursätze bereits mit der entsprechenden Ölmenge. Für den Golf 6 besteht der Hydraulikfiltersatz auf seinem Filter, sechs Litern DSG-Öl und zwei Dichtringen. Auch für die aktuellsten Fahrzeuganwendungen bietet Weiko intelligente Werkstattlösungen. Der Reparatursatz für BMW Getriebeölwannen besteht aus einer Ölwanne, einem Schraubensatz und acht Litern ATF 8 AP. Das umfangreiche Produktsortiment der Qualitätsmarke Weiko finden Sie auf www.autoteile.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017